Sehr verehrte deutsche Leser, hallo, mein Name ist Danny Wallace und ich freue mich außerordentlich, dass mein erster Roman im kommenden August in Deutschland veröffentlicht wird. Er heißt Auf den ersten Blick und ist eine auch zum Lachen einladende Liebesgeschichte, die sich in London abspielt, aber genauso gut in Berlin oder München oder im kleinen bayerischen Dorf Bad Staffelstein stattfinden könnte, was natürlich nicht der Fall ist. Er findet in London statt, wo ich zu Hause bin. Ein junger Mann begegnet einer jungen Frau, es gibt einen Augenblick, in dem alles möglich zu sein scheint. Und dann ist sie weg, aber dann stellt der Mann fest, dass er etwas noch in der Hand hält, was der Unbekannten gehört, eine Wegwerfkamera. Sollte er den Film entwickeln lassen? Was ist in der Kamera überhaupt? Wird er die junge Frau je wiedersehen? Das verrate ich Ihnen natürlich nicht, Sie müssen das Ding lesen. Ich hoffe, der Roman gefällt Ihnen auf den ersten Blick und vielleicht sehen wir uns bald in Deutschland. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020